Was doch immer damals gewesen ist, ich weiß es auch nicht wirklich mehr. Ich meine, irgendwann ist es irgendwie mal geschehen, dass irgendetwas geschehen mag, so fangt viele Geschichten an. Ich hingegen frage mich dann natürlich auch schon wieder, wer ist hier schlichtweg verkrampft. Wahrscheinlich einfach nur die Leute, die ich dich da sagen, natürlich auch schon wieder stampfe und zweigen. Während ich munter reime und natürlich auch schon wieder ohne Wunder reime. Oder doch nie, schon wieder einfach nur mal wieder klar. Mein Freestyle dazu gäbe, es ist einfach nur so gewesen, worum es gehen mag gerade eben. Während ich überlege, worum es gehen mag, es ist einfach nur so überlegt, was ich hier so gerade da gelegt haben wollte. Ich meine, ich gewollte hier voll viel und frage mich dann natürlich auch schon wieder, was läuft hier. Ich meine, es ist natürlich auch ein Zeugnis. Ihr seid davon Zeugen, bis ihr dann schon wieder auf Stock drückt oder doch nur schon wieder so verrückt seid, wie nichts anderes. Und deshalb frage ich mich natürlich auch schon wieder, worum es gehen mag gerade. Ihr seid natürlich auch schon wieder verwirklicht, ey, Vorwirklichkeit, irgendwie nicht wirklich verwirklicht, weil ich natürlich auch schon wieder hier jetzt gerade mich versprache. Ihr seid hier hingegen, seid schon wieder da oder doch nur schon wieder hier jetzt gerade dort. Und natürlich auch schon wieder unverfroren, immer wieder am Fallen. Also frage ich mich natürlich ja schon wieder, wer wollt hier noch was gestalten. Und zwar Neues. Das ist wahrscheinlich eben von nur die Leute, die ich hier jetzt einstreuen möchte. Wie zum Beispiel einfach nur Genius Hardcore und natürlich auch egal wen gerade so. Ich meine, ich brauche kein Idol und natürlich auch nur mein Niveau, weil ich letzten Endes natürlich auch hier in den Reelflow, kann es gerne mal wieder an den Tag legen. Also frage ich mich natürlich auch rigoros, was hier sonst so verbost sein könnte. Wäre ich da nicht schon wieder der Chef der Definition oder doch nur schon wieder hier jetzt gerade mit der Lichterstation dort hin, natürlich auch unverfroren, am Gehen vor. Und zwar deshalb, weil ich Genius Hardcore ebenso wohl auch mal wieder bin und bleibe. Und deshalb war's das hier jetzt auch schon wieder. Gottverdammt ist scheiße. Was geht denn ab wie ein Geister?